Ja, schön hier zu sein. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht aus meiner Erfahrung mit den Jungs. Ich weiß nicht, wer von euch ist länger als drei Jahre Baulig-Kunde? Ja, das sind wenige. Also habe ich vielleicht ein paar Learnings hier direkt mit am Start, die euch auch dabei helfen können, ein großes Unternehmen aufzubauen, weil ich habe gerade eben mal geschaut, fast auf ein paar Tage genau ist Baulig-Consulting bei uns, beim DCF Verlag, beteiligt. Also wir arbeiten, ich arbeite seit 2019 schon mit Bauligs zusammen und 2020, Ende 2020, haben wir uns entschlossen, dass wir mit Baulig-Consulting so eng wie am Ende des Tages nur möglich zusammenarbeiten, nämlich indem wir tatsächlich uns miteinander verknüpfen und die Baulig-Holding GmbH bei uns mit reinnehmen. Und das ist natürlich eine sehr intensive Betreuung, die daraus folgt. Viele, viele Sachen, die wir da gelernt haben und ich möchte mich heute mal auf sieben davon konzentrieren. Und keine Sorge, das sind jetzt nicht die Standarddinger, lerne verkaufen, always be closing und so. Das haben wir natürlich auch alles gelernt, aber ich möchte mich wirklich mal auf die Sachen fokussieren, die auch dabei geholfen haben, dass wir auf dieses Umsatzniveau gekommen sind, dass wir zu dem Marktführer geworden sind, der wir jetzt sind in dieser Bubble und die letzten Endes dafür gesorgt haben, dass wir auch diese Umsätze gemacht haben. Und das ist nur ein Teil, also ich habe gerade eben nochmal geschaut, 5 Millionen Euro Jahresumsatz, guten Tacken mehr, wenn es dieses Jahr. Wir sind insgesamt bei über 11 Millionen, also mittlerweile achtstellig in drei Jahren und das ist ja schon ganz respektabel und da lernt man eine ganze Menge. Für alle, die mich nicht kennen, Ruben Schäfer mein Name. Ich bin PR-Berater, Firma ist der DCF Verlag, die DCF Verlag GmbH. Wir sitzen hier nebenan und in Sinzig ist unser Hauptsitz, wo die meisten Mitarbeiter sitzen. Ja, wir machen Pressearbeit. Also alles, was ihr hier seht, sind so die Sachen, die wir produzieren. Wir sorgen dafür, dass Unternehmer in die Medien kommen und dadurch mehr Vertrauen bekommen von ihrer Zielgruppe. Und wenn ich sage Medien, meine ich wirklich alles, was man hier sieht. Das sind alles Kunden von uns aus den letzten paar Monaten. Bild, Forbes, Markus Baulig zum Beispiel, war ja auch Forbes 30 under 30, das haben wir gemacht. Fachmagazine wie Cash, Kunden von uns, die in der Tagesschau sind oder bei Business Insider, Handelsblatt, you name it. Und das ist im Prinzip das, was wir machen. Wir sind Wachstumschampion geworden, das heißt schnellstwachsende PR-Agentur überhaupt in ganz Deutschland und zwar mit einem ziemlich großen Abstand auch. Auch das ist etwas, was wir Baulig verdanken und wo ich gleich so ein bisschen erzählen werde, wie wir das eigentlich hinbekommen haben. So sieht das heute aus. Also cooles Team, viele Leute, TÜV-zertifiziert, großes Office, mit dem Privatschland in der Gegend rumfliegen, auf irgendwelchen Messen sein. Wir sind eigentlich überall auf Events mittlerweile. Kennt man uns, wir schalten viel Werbung. Wir sind mittlerweile halt wirklich aktiv, das war aber auch nicht immer so. Gestartet hat das Ganze nämlich vor drei Jahren auf diesem Niveau hier. Da bin ich ganz stolz im WDR-Lokalzeit-Studio in Bonn, wo ich damals noch gearbeitet habe, beziehungsweise hier habe ich für Rheinland-Pfalz-TV Nachrichten moderiert, das ist schon ein bisschen länger her. Und das war unser damaliges Büro, also das war so ein Schreibtisch. Wir hatten so einen Besprechungsraumtisch einfach da so dahingestellt mit acht Stühlen, wo maximal zwei Leute immer nur gesessen haben, weil wir gar nicht so viele Leute hatten, auch gar nicht so viele Kunden hatten. Also man kann das auch in relativ kurzer Zeit schaffen, will ich damit sagen. Und die Idee natürlich dann auch, warum haben wir eigentlich mit Baulig zusammengearbeitet, war eben so ein Stück weit, dass ich Kunde geworden bin bei Baulig und auch relativ schnell gemerkt habe, was ich als Kunde dort schon lernen kann. Also wie ich damit schon weiterkomme und wie auch dadurch schon die Umsätze steigen. Wir aber gleichzeitig auch gemerkt haben, wir sind als PR-Agentur spezialisiert letzten Endes auf euch. Also Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, die klassische Baulig-Kernzielgruppe. Und umso sinnvoller war es für uns natürlich auch strategisch mal zu schauen, wie lernt man diese Zielgruppe perfekt kennen? Wie kann man sich da etablieren? Wie kann man auch letzten Endes Trends erkennen, noch bevor sie entstehen? Wie kann man dort ja einfach mehr lernen über diese Zielgruppe? Und natürlich auch in diesem Umfeld von High-Performern auch gut Kundengewinn natürlich. Und das haben wir dann damals gemacht mit dem Gewinnermagazin. Das war unser erstes Magazin, was wir rausgebracht haben. Wir machen mittlerweile fünf Stück von denen. Und das Gewinnermagazin ist bis heute so unser Flagship. Wir machen ja auch noch die Gewinnernacht, den Gewinnernpodcast, Gewinnertv. Also mittlerweile ganz viele so Brands da drumherum entstanden. Und das war das erste Medium, was wir gemacht haben für diese Branche. Und so hat das auch letzten Endes angefangen, dass ich selber komme aus der Medienwelt, habe ich ja schon gezeigt, dass wir damals auch gesagt haben, wir möchten gerne für die Coaches-Beraterszene Medien machen. Wir möchten, dass es Möglichkeiten gibt, sich dort zu informieren, andere Leute kennenzulernen, Trends zu sehen, Know-how zu bekommen und eben einfach ein klassisches Branchenmedium zu schaffen. Und das war unser Auftrag dann mit dem Gewinnermagazin, was wir gemacht haben. Und so kam es dann eben auch dazu, dass die Bauligs auch so ein bisschen auf uns aufmerksam geworden sind. Ich bin dann auch Pressesprecher geworden bei Baulig Consulting. Also es gab schon immer wieder so Angriffspunkte. Wir haben uns mal gegenseitig interviewt und ich war Kunde und ich habe den PR gemacht. Und so kam das dann irgendwann zustande, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen das mal zusammen machen. Und das war auch wirklich genau so. Also das ist an dem Tag tatsächlich entstanden, als wir uns entschieden haben, dass wir das zusammen machen. Ich habe in meinen Insta-Stories geschaut. Das kann man sich wirklich so vorstellen. Ich habe das Gewinnermagazin gemacht und die PR für die Jungs. Und ich kam aus dem Urlaub zurück und dann hatte der Andreas noch geschrieben, ja, lass uns doch eine Shisha rauchen gehen, was auch sonst. Und dann haben wir uns hier in Koblenz getroffen zum Shisha rauchen, haben da einfach zusammengesetzt und der Andreas so ein bisschen im Mund, meinte dann, weil ich dann so erzählt habe, ja, wir wollen jetzt auch ein bisschen weiterkommen, ein bisschen größer werden da in dem Bereich. Und mir fehlt da aber irgendwie noch ein bisschen was, um einfach die Zielgruppe weiter zu erschließen. Und ich würde gerne so ein bisschen näher ran und vielleicht können wir auch gemeinsam dann noch ein paar mehr Sachen machen. Dann meinte der Andreas so in der Shisha-Mund so, ja, lass uns doch, können wir auch zusammen machen. Und ja, das war dann letzten Endes so die Geburtsstunde, wo wir dann gesagt haben, okay, ich wage das jetzt. Ich probiere das jetzt einfach mal und hatte da extrem viel Bock drauf. Und man sieht ja auch, was daraus geworden ist. Ich werde dann auch ganz häufig gefragt, wie ist denn die Zusammenarbeit? Also ihr kennt das ja letzten Endes alle. Wenn ihr Baulig-Kunden seid, hier ist man ehrlich zueinander. Und diese Ehrlichkeit, die klatscht eben auch manchmal rein, auch manchmal mehr, als man sich das so wünschen würde. Aber so wächst man halt eben auch. Und ich glaube, wir hätten es nicht geschafft, in der kurzen Zeit mittlerweile über 20 Mitarbeiter aufzubauen und diesen Status im Markt zu erreichen, wenn wir nicht wirklich immer radikal ehrlich wären, wenn wir nicht miteinander kommunizieren würden, in einer ganz hohen Intensität. Also die Bauligs sind niemand, den man sich als Geschäftspartner irgendwie reinholt, der sagt, ja komm, hier hast du irgendwie ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Euro, gib Gas, Junge, wir freuen uns auf unsere Dividende. Sondern die sind die ganze Zeit dabei. Die gucken sich die Sachen mit an, geben Verbesserungsvorschläge, wir sind regelmäßig im Austausch, wir treffen uns regelmäßig. Und da sind eben auch viele von den Learnings entstanden, die ich jetzt gleich einmal teilen möchte und die euch wahrscheinlich auch dabei weiterhelfen werden, euer Business entsprechend weiter auszubauen. So, kommen wir mal zu den eigentlichen Punkten. Das ist der Hauptpunkt, den ich gelernt habe. Und der klingt erstmal total simpel und stumpf und oberflächlich, aber ich möchte dazu ein paar Worte sagen, weil ich glaube, dass die allermeisten von euch noch gar nicht verstanden haben, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Wer von euch ist der Auffassung, dass seine Dienstleistung richtig geil ist, also überdurchschnittlich geil? Okay, seid ihr wirklich ehrlich? Weil ich habe diese Frage schon ein paar Mal gestellt. Ich habe das jetzt bei einigen Events, habe ich gespeakt, habe das als Frage gestellt und da waren es, da waren die Leute zurückhaltender, da haben sich meistens nur so 20, 30 Prozent gemeldet und am Ende des Tages der eigene Anspruch an sich selber mit immer neuen Ideen, seine eigene Dienstleistung, sein eigenes Produkt zu challengen, das ist eine Denkweise, die wir mittlerweile ganz tief implementiert haben. Wer von euch kennt DJI, die Drohnenmarke? Schon mal gehört? Genau, sie stellen diese Quadcopter her, mit denen man rumfliegen kann und Fotos und Videos machen kann und so weiter. Ich habe damals ja für auch viele so Fotofachmagazine gearbeitet und mir ist damals schon aufgefallen, dass DJI eine ganz interessante Art und Weise hat, ihre Firma zu betreiben, weil damals war es so, dass die meisten Kamerahersteller, auch bis heute zum Beispiel, die bringen immer so nächste Generation raus und die nächste Generation hat das Ding mal irgendwie 4 Megapixel mehr oder der Akku ist ein bisschen größer geworden, aber alles so Häppchen, Häppchen, Häppchen und DJI war damals gar nicht Marktführer, sondern es gab noch ganz viele andere Drohnen-Companies und dann haben die irgendwann angefangen, die haben sich hingesetzt, ich habe auch mit denen gesprochen damals, ich war dann bei so einer Pressereise dabei, habe mich mit denen hingesetzt und dann haben die mir erzählt, wie die das jetzt denken und deren Anspruch an sich damals war, wir setzen uns jedes Jahr hin, wir nehmen unsere aktuelle Drohne, das Beste, was wir können, wir stellen es auf den Tisch und dann überlegen wir uns, wie können wir etwas bauen oder was müssen wir bauen, damit jeder Kunde sagt, das Scheiß, da kaufe ich nicht mehr. Ich kaufe jetzt irgendwas an, ich kaufe jetzt das neue Ding. Wie zerstören wir unser eigenes Produkt so hart, dass keiner mehr auf die Idee kommt, den Vorgänger zu kaufen. Und das haben die durchgezogen, das haben die mehrere Jahre gemacht, das hat auch Fotografen zutiefst abgefuckt. Also tatsächlich, Anwender fuckt das zum Teil ab, bei so Produkten, bei so physischen Produkten, weil die kaufen dann eine Drohne und ein halbes Jahr später kommt dann eine neue Drohne und die hat plötzlich nicht irgendwie zwei Megapixel mehr, sondern doppelt so viel Megapixel, ist halb so groß, fliegt doppelt so lang. Also total übertrieben viel besser und kein Mensch hat mehr die alte gekauft. Natürlich hat das immer die geärgert, die sich dann gerade den Vorgänger gekauft haben, aber letzten Endes sind die damit zum absolut unangefochten Marktführer geworden. Und dieses Mindset haben wir auch hier bei uns und auch bei Baulig seht ihr das ja, wirklich implementiert, dass wir uns regelmäßig hinsetzen und uns überlegen, wie können wir unser Produkt, unsere Dienstleistung so geil machen, dass es geistig komplett behämmert wäre, irgendetwas anderes zu kaufen. Ihr werdet das aus Baulig Kunden auch miterleben. Also ich habe letztens einen Artikel gelesen im Spiegel über einen bekannten Trainer in Deutschland und da wurde dann zum Beispiel beschrieben, dass in seinem Mentoring-Programm, da kriegt man drei Live-Calls in der Woche und das kostet irgendwie 60.000 Euro oder so im Jahr. Also ich glaube, es gibt bei Baulig mehrere Tage, wo es am Tag drei Live-Calls gibt plus noch, also die ganzen anderen Tage, wo es auch noch Live-Calls gibt plus intensive, richtige intensive Betreuung, WhatsApp-Gruppen in den höheren Programmen etc. Also das ist so ein Over-Delivery und trotzdem sitzt der Andreas letztens bei mir zu Hause und sagt, yo, ich habe mir jetzt das Elite-Training angeguckt. Das Elite-Training, das kennen ja die allermeisten von euch, das ist das Training, mit dem wir alle mal angefangen haben, wo die allermeisten wirklich schon schnell auf mittlere fünfstellige Monatsumsätze gekommen sind. Also die Benchmark in Deutschland und dann sitzt der Andreas bei mir zu Hause und sagt, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, das wird jetzt alles anders. So, und da sieht man, wie er einfach hingeht und challenged den Status Quo, obwohl er schon das beste Produkt hat. Das ist ein Baulig-Mindset, was ich jedem hier nur wirklich mitgeben kann. Also setzt euch mal regelmäßig hin und überlegt mal ehrlich, setzt euch einfach vielleicht so in die Position eures Wettbewerbs, dass ihr euch echt überlegt, wie würde ich mein eigenes Produkt so viel geiler machen, so viel besser machen, dass es einfach niemand mehr die alte Version kaufen würde oder irgendwas anderes. Ja, und bei uns gibt es mittlerweile auch diverse Sachen, die es ausschließlich bei uns gibt. Also zum Beispiel, bei uns ist es so, jeder Kunde bei uns, jeder Einzelne, wir haben über 700 Kunden mittlerweile, es gibt nicht einen Kunden, der bei uns ohne Presseartikel rausgegangen ist. Das klingt jetzt erstmal selbstverständlich, aber wisst ihr, wie viele PR-Agenturen es da draußen gibt, die, wo man ein Jahrkunde ist, zahlt ein Retainer, die rechnen auf Stundenbasis ab und dann passiert einfach gar nichts und dann sagen die, ja, die Jahreszeit und es ist Fußball-WM und das Sommerloch und das Winterloch und das Weihnachtsloch und geht alles nicht und dann sagt man denen, ja, aber jetzt gib mal Gas und alles, was passiert ist, die Rechnung wird noch teurer, weil die noch mehr Stunden machen, aber das passiert eigentlich überhaupt nichts. Bei uns, jeder einzelne Kunde, der bei uns ist, hat Artikel bekommen. Die ganze Zeit bekommen die Artikel und die Kunden, die sich dann noch selber investieren, die sagen, ich mache mir selber auch noch ein bisschen Gedanken über das Thema, ich habe auch eigene Ideen, ich schaue auch unseren, kommt ja das zweite Ding, unsere Learning Suite, unseren Kurs zum Beispiel und investiere mich da ein bisschen und wir bilden ja unsere Kunden zum Beispiel aus. Ja, wir zeigen denen, wie verhalte ich mich mit Journalisten so, wie nutze ich Presse im Marketing. Also wer bei uns Kunde ist, der wird richtig fit gemacht und kann dann zum Beispiel auch mit Journalisten so kommunizieren, dass die sagen, ey, du bist ja so ein geiler Typ, dich interviewe ich jetzt nochmal oder noch ein zweites oder ein drittes Mal und dann sorgt das natürlich dafür, dass die auch nochmal mehr Artikel bekommen. Also da haben wir wirklich Kunden, die sind deswegen irgendwie mittlerweile Best Friend mit der Bild oder mit der Tagesschau oder mit dem Business Intel, werden die ganze Zeit interviewt, weil die halt einfach von uns A, die ganze Zeit gepusht werden und B, auch durch unser Training noch gelernt haben, wie sie mit denen kommunizieren müssen. Das ist auch nicht selbstverständlich, habe ich auch noch nie gesehen und bei uns zum Beispiel gibt es auch hier Kundenevents, die machen wir dann hier zum Beispiel, gibt eine 1 zu 1 Betreuung, wir supporten unsere Kunden auch in Krisenfällen und so weiter. Also das ist mittlerweile so ausufernd, dass ich wirklich mit vollem Stolz sage, jeder, der zu uns kommt und jeder, der sagt, ich vertraue meinen guten Ruf als Unternehmer, euch an als PR-Agentur und ihr sollt dafür sorgen, dass das ausgebaut wird, dass das besser gemacht wird. Da bin ich wirklich der festen Überzeugung, da nimmt jeder Kunde so viel mit, kommt so viel besser raus und ich kriege ja auch dann die Storys von Leuten, die sagen, ich verkaufe jetzt doppelt so viel, Closing Rate ist viel höher, Conversion der Website ist viel höher. Also das sind einfach ganz krasse Ergebnisse, die wir stellenweise tracken können. Allein auch das, dass man überhaupt Ergebnisse tracken kann in den PR-Agenturen, super ungewöhnlich eigentlich und bei uns geht das letzten Endes, weil wir die ganze Zeit auch mit Bauligs Hilfe uns gemeinsam hinsetzen und auch Andreas mit seiner Marktkenntnis uns dann immer wieder sagt, was ist denn so der nächste Hebel, was ist denn der nächste Schritt, worauf müssen wir jetzt eben achten, was sind die nächsten Schritte, die wir gehen müssen und das hilft uns einfach massiv weiter und das solltet ihr auf jeden Fall bei euch auch versuchen zu implementieren. Der zweite Punkt, hire whatever it takes. Es geht gar nicht darum, dass man alles einstellt, sondern es geht darum, dass man immer jemanden hat, den man einstellen könnte, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, weil wenn ihr einen Mitarbeiter braucht, ist es schon zu spät und erfahrungsgemäß auch so eine Universums-Mindset-Sache, bei uns zumindest, immer dann, wenn man einen Mitarbeiter braucht, findet man ihn nicht und immer dann, wenn man ihn nicht braucht, findet man ganz viele davon. Und dann musst du halt einfach schauen, dass man sich eine Pipeline aufbaut, dass man immer Leute parat hat und immer Leute heiern kann. Auch das war so ein Case, wo Andreas uns sehr weitergeholfen hat, weil er das schon gesehen hat, dass es da demnächst definitiv einen hohen Bedarf geben wird, zum Beispiel im Redaktionsbereich unserer Firma und mir das damals eins zu eins so gesagt hat. So gesagt, alles drauf, mach Hiring, wir brauchen die Leute und ich war der Auffassung, nee, glaube ich nicht, dass wir die brauchen und habe dann noch ein bisschen zögerlich agiert und das hat uns dann tatsächlich dazu gezwungen, dass wir noch ein, zwei Freelancer gebraucht haben eine Zeit lang, weil ich einfach nur einen Moment, ich habe nur einen Moment geschlafen, aber schon das hat gereicht und dementsprechend, ihr solltet eine Hiring-Pipeline haben, ihr solltet dafür sorgen, dass ihr Mitarbeiter aufbaut, dass ihr der Gas gebt und wenn die Jungs euch irgendwas sagen in dem Bereich, ich kann euch wirklich nur sagen, macht das, weil das alles andere super ätzend und super teuer wird dann auch stellenweise und was ihr auf gar keinen Fall haben solltet, ist irgendwie Angst vor Mitarbeitern. Das ist ja ein Thema, was glaube ich den einen oder anderen hier beschäftigt, wer von euch hat noch gar keinen Mitarbeiter, also nur sich und seinen Partner oder so, ja dann wird das wahrscheinlich bei euch irgendwann so ein Mindset-Thema sein. Das war bei mir auch so, dass ich auch beim ersten Mitarbeiter erstmal so gezuckt habe und das kostet ja und was ist, wenn der krank wird oder wenn irgendwas anderes passiert. Am Ende des Tages, wenn man die gut auswählt, wenn man auch einen Hiring-Prozess hat, der einem die ganze Zeit neue Leute reinschaufelt, dann kann man wählerisch sein, dann kann man sich A-Player aussuchen und wenn man A-Player aussucht, mittlerweile, ich hatte ja vorhin ein Foto von unserem Team da am Start oder beziehungsweise hier ist auch eins, die Mädels, die sind alle noch bei uns, die geben alle Gas, das sind alles A-Player, stellen wir seit zwei, drei Jahren bei uns im Team auch keinerlei Erscheinung jetzt irgendwie, dass sie sagen würden, ja finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so gut, ich gucke jetzt mal nach irgendwas. Also das ist einfach ganz, ganz stark, wenn man ein Team hat, wo man weiß, auf das kann ich mich verlassen und dann kann ich eben auch zum Beispiel irgendwann mal auf so eine Bühne gehen und weiß einfach, ich verpasse nichts, ja bei mir in der Firma läuft, ja alles gut, die Jungs und Mädels kümmern sich und das ist top. Der dritte Punkt, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man Marktführer werden will oder wenn man überhaupt mal raus möchte so aus dieser relativ kleinen Irrelevanz, dann muss ich anfangen für meinen Markt zu kämpfen. Ich hatte da vorhin in der Pause so zwei ganz, ganz coole Gespräche mit zwei von euch, die eine ist als Amazon-FBA-Coach tätig und der andere Coach-Führungskräfte und die hatten beide richtig Angst oder, ja es ist ja keine Angst, aber so eine Unsicherheit quasi, rauszugehen mit wirklich krassen Statements, wirklich mal zu sagen, hey, Sie coachen insbesondere so zum Beispiel jetzt als Amazon-Coach ist sie insbesondere spezialisiert auf Mütter, die eben, ja letzten Endes mit Amazon sich so ein bisschen in die Unabhängigkeit arbeiten und handeln wollen und natürlich tut das weh, wenn man wirklich hingeht und sagt, pass auf, du, meine Zielperson, liebe Mutter, du musst Gas geben, weil du letzten Endes dein Kind irgendwie mit unterstützen musst, weil du was aufbauen möchtest für deine Nachfahren. Das ist eine persönliche Ebene, so zu kommunizieren und der eine oder andere Ding ist vielleicht, das ist nicht vielleicht zu krass, darf ich das, sollte ich das, man sollte natürlich sich sicher sein bei dem, was man sagt, aber wenn man einfach nur so langweilig sagt, ja ich zeige dir, wie du 10.000 Euro verdienst oder so, ihr geht einfach unter in dem ganzen lauten Gedröhne des Internets, wo mir ja jeder heutzutage verspricht, du kannst 5.000 Euro im Monat machen, du kannst 10.000 Euro im Monat machen, ihr müsst eine Botschaft finden, die funktioniert und ihr müsst diese Botschaft nach draußen pushen, immer und immer wieder, ihr müsst da hart sein, ihr müsst da konsequent sein und ihr müsst letzten Endes auch dazu stehen, dass es da Gegenwind gibt, das ist zum Beispiel auch etwas, wo mir Andreas und Markus sehr geholfen haben, weil die permanent Gegenwind haben, wenn man erfolgreiches Marketing macht, dann wird es immer Leute geben, die sagen, ich finde das voll geil, ihr überzeugt mich zutiefst und ich finde es super geil, super sympathisch und es spricht mich einfach an, es wird immer Leute geben, die zutiefst getriggert sind und früher haben mich negative Facebook-Kommentare da auch deutlich mehr interessiert als heutzutage, weil ich weiß, unser System funktioniert und wenn ihr einmal ein System gefunden habt, was für euch funktioniert, dann gebt da ruhig Gas, lasst das ruhig dann auch mal zu, dass es da ein bisschen Widerspruch gibt, immer kontrolliert, sprecht vielleicht auch sonst mit den Jungs mal so, die beraten euch ja in Marketing-Themen auch und uns ja auch, aber es macht durchaus Sinn, einfach mal so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus rauszukommen und einfach auch mal ein Statement zu droppen oder in eine Marketing-Kommunikation und wo einzusteigen, was eben nicht so 0815 ist, wo man dann eben auch zum Beispiel bei dem Führungskräfte-Coach habe ich dann auch gesagt, viele Führungskräfte ruhen sich halt einfach darauf aus, dass ihre Firma sie weiterbildet, so das ist sein Problem und die sagen dann halt zu ihm, ja, aber die Firma bildet mich da raus, warum soll ich jetzt hier irgendwie aktiv werden oder irgendwas derartiges, ja, das Problem ist, wenn man immer das Minimum macht, sprich das, was die Firma einem anbietet, was alle bekommen, dann wird irgendwann irgendein Typ kommen oder eine Frau, die einfach mehr Talent hat oder die vielleicht die Extrameile gegangen ist und hat sich irgendwo nochmal coachen lassen und die wird dich einfach ersetzen, dann bist du einfach weg, letzten Endes, es gibt mittlerweile so viele Konzerne und Unternehmen, ja, Mercedes macht das, viele andere Unternehmen auch, die räumen gerade in ihren Führungsetagen richtig auf, die streichen alles weg, was es irgendwie gibt und du, kämpfe für deinen Markt, du bist doch verantwortlich jetzt als Führungskräfte-Coach, dass das keinem deiner Kunden passiert, dass die eben nicht jetzt einfach irgendwie in so einem Dornröschenschlaf da vor sich hinschillen und nachher werden die einfach aussortiert und das ist ja wirklich eine ganz, ganz kritische Situation, wenn du als 40, 50-jährige Führungskraft irgendwo aussortiert wirst, du bist es gewöhnt, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, es ist halt bei einer Firma gearbeitet, die dich jetzt nicht mehr will, was machst du denn dann noch? Und du als Führungskräfte-Coach hast doch die Verantwortung, das zu pushen, du musst das kommunizieren und du musst dafür sorgen, dass dieser Zielgruppe geholfen wird und das ist ein Mindset und auch eine Marketingstrategie, die extrem gut funktioniert und wo ihr wirklich daran arbeiten sollte. Also wir, bei uns ist das ganz klar, wir sorgen für den guten Ruf von Unternehmen. Das ist das, was wir im Kern tun, das machen wir auf allen Ebenen, wir schauen uns mit unseren Kunden alles an, wir verteidigen unsere Kunden auch, wenn irgendwie ein Journalist oder ein Blogger oder sei es auch nur irgendwer im Internet jetzt mal irgendwie sich ein bisschen zu sehr da reinkniet und irgendwelche Sachen behauptet, die vielleicht einfach nicht stimmen. Wir sorgen dafür, dass die regelmäßig in Medien sind und dass sie sich einfach darauf verlassen können, dass egal wer irgendwas behauptet, sie einfach so viele positive Stimmen haben, dass sie da auf jeden Fall safe sind und dass sie dadurch viel einfacher verkaufen und das machen wir für unsere Kunden jetzt seit drei Jahren und die Botschaft und auch, dass wir das so gut können, verfängt einfach und sorgt dafür, dass wir so erfolgreich sind. Der vierte Punkt, ihr müsst schauen, dass ihr ein skalierbares Modell baut und zwar von vornherein, am besten so früh wie möglich. Ich habe da die kleine Story mal am Start, wie der Markus uns gerettet hat tatsächlich. Wir haben nämlich dann so nach einem Jahr der Zusammenarbeit sind wir fast an unserem eigenen Erfolg erstickt, kann ich fast sagen. Wir haben es dann nämlich geschafft, Marketing zu systematisieren, Sales zu systematisieren, hatten ein paar Mitarbeiter, so das Hiring lief, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo eine Firma zwangsläufig aufgrund der Masse an Kunden und bei uns auch insbesondere aufgrund der Masse an Medienanfragen einfach unfassbar unübersichtlich wird. Also man hat eigentlich gar nicht mehr so richtig das Gefühl, was passiert jetzt hier? Ihr könnt euch das ja mal bei euch einfach so als Gedankenspiel überlegen, was wäre denn jetzt, wenn ich zehnmal so viele Kunden hätte, wenn ich zehnmal so viele Kampagnen bei Facebook organisieren würde. Würde das mit meinem Excel-Sheet genauso funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Und wir sind damals, ich habe lange gebraucht, bis ich mich dann mal getraut habe tatsächlich, also auch das, man sollte früh fragen, wenn sowas passiert. Ich habe ein bisschen lang gewartet, habe dann aber auch den Markus gesagt, hey, ich bin gefühlt kurz vorm Burnout, ich arbeite jeden Tag zwölf, dreizehn Stunden, wie schaffe ich es jetzt, das Ganze zu systematisieren? Der Markus hat dann mit uns gemeinsam das Ganze mal in einen Prozess reingebaut und das war tatsächlich, das war die Skizze, die ich auch nochmal gefunden habe auf meinem iPad, die wir damals gemacht haben. Wir haben einen Themenvorschlagsprozess gebaut. So kommen unsere Kunden in die Medien, das ist jetzt die ganz simple Version davon, sprich, wir machen irgendein cooles Thema, das geht an unseren Journalistenverteiler, Journalisten sagen zu, wir schreiben die Texte, beziehungsweise der Kunde gibt uns Input und wir schreiben dann daraus den Text, dann geht das Thema live und es kommt ein neues Thema und das Ganze läuft immer wieder so rund. Wenn man sich das einmal richtig aufgeschrieben hat, ja, wir haben es dann natürlich noch komplexer aufgeschrieben, wir haben das Ganze dann mit einem Projektmanagement-Tool ganz krass automatisiert, wo der Markus uns auch extrem geholfen hat, das aufzusetzen, dass wir jetzt in der Lage sind, mit vielleicht einer Person mehr im Support, schaffen wir jetzt, damals waren wir glaube ich so bei 25 Kunden, die wir dauerhaft betreuen, wir sind jetzt bei 150 und es gibt keine Erscheinung, dass jetzt irgendein Kunde nicht das bekommt, was er bekommen soll. Also wir haben mit einem fast gleichen Team und wo wir alle kurz vom Burnout gestanden sind, einfach nur mit einer vernünftigen Systematisierung, indem man sich mal wirklich hinsetzt und überlegt, wie läuft der Prozess ab, wie kann ich ihn simpler machen, wie kann ich ihn digital abbilden, was davon muss auch kein Mensch machen, ja, also zum Beispiel sowas wie Zuteilung von Aufgaben ist bei uns nur noch ein Klick auf eine Schaltfläche, wo ich einfach sage, ich habe jetzt als Redakteur, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe einen Text geschrieben, ich klicke auf Fertig und automatisch wandert der Text in das Board von der Person, die zum Beispiel das Qualitätsmanagement macht, die guckt sich den an, sagt Fertig, dann geht das Ganze ins Content Management, die es einpflegt. Das ist einfach ein ganz simpler, komplett digital abgebildeter Prozess mit Dashboards, die ich überwachen kann. Genau so soll das aussehen und genau so müsst ihr das bei euch letzten Endes auch vielleicht erstmal denken, man muss das nicht immer direkt bauen, aber ihr müsst euch einfach darüber klar sein, dass ihr, das ist einfach so, wenn man das nicht mit Bauligs zum Beispiel sich anschaut oder wenn man das einfach ja so laufen lässt, wie man es instinktiv macht, dann läuft man eigentlich irgendwann zwangsläufig in so eine Sackgasse rein, wo man sich einfach mal so ein Hotfix ausgedacht hat. Bei uns war das damals ein ewiges Trello-Board, wo wir das abgebildet haben, was absolut unübersichtlich war, weil wir versucht haben, alles in einem Board zu machen, das war wirklich ganz, ganz furchtbar und das funktioniert einfach nicht. Das skaliert letzten Endes nicht und das sorgt dann dafür, dass man irgendwann einfach sich komplett kaputt arbeitet und die meiste Arbeit dann aber daraus besteht, Sachen zu suchen, Sachen irgendwie zu verschieben oder zu delegieren oder irgendwie bei Slack zu schreiben, dass er jetzt irgendwas machen soll oder irgendwas derartiges, komplett überflüssig. Also digitalisiert eure Prozesse, macht sie simpel, bildet sie digital ab und guckt halt auch mal, wie ihr sie eben schlank macht und das war ein Learning, was uns extrem weitergebracht hat, was ja letzten Endes überhaupt dafür gesorgt hat, dass wir auf dieses Niveau kommen konnten, weil wir es eben so krass systematisiert haben. Der fünfte Punkt, auch bei uns ein ganz krasses Ding, man muss zu einer Personal Brand werden. Bei mir sieht man das mittlerweile, ich habe ein paar Fotos vorhin ja schon vom alten Ruben gehabt, das ist jetzt hier der neue Ruben, also man sieht mich eigentlich nicht mehr ohne Sakko irgendwo. Ich habe die Brille damals auch geändert. Das sind so Kleinigkeiten, wo man meint, ja das ist ja jetzt eigentlich nicht so viel, aber tatsächlich die Kunst bei einer Personal Brand ist, zu jemandem zu werden, als der man sich wohlfühlt, der man also auch tatsächlich repräsentieren kann, wo man wirklich sagt, okay das bin immer noch ich und ich finde das selber geil, aber was einem eben auch die Kunden abnehmen. Und wir haben das bei uns dann eben auch gemeinsam gemacht und natürlich habe ich dann auch so ein bisschen auf den Rat gehört, der Andreas hat ja selber auch eine sehr krasse Transformation damals optisch gemacht und das hat bei uns sehr, sehr, sehr stark weitergeholfen, das Ganze in eine Personal Brand reinzugießen und ja auch mittlerweile auf Bühnen zu stehen, hier aktiv zu sein, wir machen YouTube, wir machen Podcast, also immer mehr auch die Person rauszustellen, weil mit der Firma alleine kommt man einfach heutzutage nicht mehr so weit. Also ich kann das auch jedem nur raten, von euch, der jetzt irgendwie sagt, ja, aber ich habe doch eine GmbH, da kann doch die GmbH überall draufstehen und so, das ist nicht das Gleiche, das ist vom Effekt her nicht das Gleiche, wie wenn es eine Personal Brand ist. Ja, wenn ich irgendwo über eine Messe laufe, dann sprechen mich die Leute proaktiv an, sagen, ich habe dich gesehen in der Werbung, eine Personal Brand sorgt einfach dafür, dass man massiv viel besser wahrgenommen wird. Die Leute können sich auch Gesichter besser merken als Logos, also sorgt dafür, dass ihr eine Personal Brand werdet, kann dazu noch eine Brand quasi dabei sein, so wie bei Baulig letzten Endes ja irgendwann auch, aber es fängt eigentlich immer mit der Personal Brand an und dann erarbeitet das wirklich und schaut, was ist ein Punkt, wo ihr selber happy mit euch seid, wo ihr selber sagt, das ist geil, das ist cool, ich fühle mich immer noch wohl, aber ich bin eigentlich so die geilste Version von mir selbst und dabei können Bauligs wahrscheinlich perfekt helfen, ja, mittlerweile auch so viele Transformationen in dem Bereich gemacht und der sechste Punkt, man sollte sich die richtigen Partner suchen, bei mir ist das ja relativ obvious, ich habe mich irgendwann dann für Baulig Consulting entschieden, gesagt, so, das sind jetzt meine Business Partner und das hilft mir natürlich sehr stark, weil die, wie gesagt, das Netzwerk haben, weil sie das Know-how haben, weil sie Agenturen kennen, noch und nöcher, weil wir als PR und Branding Agenturen auch in diesen Bereich perfekt reinpassen, aber bei euch wird es sowieso irgendwann passieren, dass ihr auch angesprochen werdet, dass irgendwelche Leute kommen, ach komm, lass uns doch zusammen machen, wir machen mal hier ein Projekt, da ein Projekt, es gibt immer wieder diese Sidequests als Unternehmer, ja, wo irgendwer plötzlich am Wegesrand steht und sagt, hier komm, ich habe doch hier irgendwas cooles für dich, kannst du doch hier mal das machen und jenes machen und es ist fast immer scheiße. Also ich kann das wirklich niemandem empfehlen, zu sehr sich in diesen Sidequests zu verlieren, wir haben ja auch jede Woche irgendwen, der sagt, ja, ich kann hier für euch das moderieren oder ich kann dies machen oder lass uns doch das Event noch zusammen machen und so. Man sollte sich fokussieren auf das Wesentliche und wenn man sich Partner nimmt, dann muss das eine extrem abgewogene Entscheidung sein, dass man wirklich sagt, ich mache das strategisch, das soll langfristig sein, das soll mir weiterhelfen, das soll dafür sorgen, dass ich weiter wachsen kann, da muss Know-how da drin sein, die müssen sich für mich interessieren, die müssen Ahnung von meiner Branche haben, also auch falls irgendjemand von euch mal an den Punkt kommt, dass ihr sagt, ich hätte einfach gerne mehr Kapital in der Firma, ich würde gerne einen Investor mit reinnehmen, kann man ja durchaus irgendwann mal an den Punkt kommen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da nicht einfach nur jemanden zu haben, der sagt, ich habe die dickste Brieftasche, ich gebe euch jetzt, keine Ahnung, eine irre hohe Summe, weil solange der euch nicht weiter unterstützt, man kann den Geld auch ersticken, also es ist einfach irgendwann, wenn man einfach nur mit Geld zugeschüttet wird, heißt das noch lange nicht, dass eure Firma dann dadurch besser läuft, also achtet da wirklich drauf, dass ihr euch gute Partner nehmt, die euch wirklich am Ende des Tages wohlgesonnen sind, obwohl sie streng mit euch sind, obwohl sie sagen, jo, das ist scheiße, das funktioniert so nicht, also ihr wisst ja alle, wie stellenweise Feedback ist, ja, wenn gerade Andreas einem Feedback gibt, dass das ehrlich ist, ja, und natürlich ist das dann auch, man ist nicht so angenehm, wäre ja schöner, wenn man das so, klassische Lobesformeln irgendwie so weggelobt mäßig wie im Konzern, ja, das hast du relativ gut gemacht, ich hätte aber hier und da noch Verbesserungsvorschläge und so, daran wächst man letzten Endes nicht, sondern nur, wenn man ganz klar gesagt bekommt, hey, das ist absoluter Schrott, das ist geil, das funktioniert sehr gut, das funktioniert gar nicht und wenn man diese Ansagen hat, dann hat man eben auch eine ganz klare Bande und da kann man eben sich dann auch auf seinen Partner verlassen, weil sich gegenseitig, ja, so Halbwahrheiten irgendwie zu sagen und ja, ich habe den fast geclosed und beinahe wäre das Marketing gut geworden und so, das funktioniert halt letzten Endes nicht, man braucht ganz klare Ansagen und da könnt ihr auch eure Partner drauf testen, also jeder von euch auch, der einen Geschäftspartner hat, wenn ihr irgendwie eine Firma zu zweit oder zu dritt habt, ihr müsst wirklich ehrlich zueinander sein, auch wenn es weh tut und ihr müsst auch wirklich dem anderen im Zweifelsfall sogar sagen, hey, was du da gerade gemacht hast, irgendwie, dass du dir jetzt, keine Ahnung, dass du irgendwas Dummes, Privates gemacht hast, hast du jetzt irgendwie einen, gehst jetzt irgendwie jede Woche einmal Fallschirm springen, finde ich auch scheiße, ja, hör mal bitte auf damit, weil wenn der sich irgendwie statistisch beim tausendsten Mal nicht öffnet, dann haben wir ein Riesenproblem, so und dementsprechend auch das gehört dazu, dass man so etwas ehrlich kommuniziert, wenn man das einfach in sich reinfrisst und nicht sagt, sorgt automatisch für Frust und dann ist es so der erste Stein dazu, dass es irgendwann halt richtig knallt, also ihr braucht ehrliche Leute um euch herum und ihr seid ja hier bei Baulig alle im Training und ich sehe das ganz oft und das war auch bei mir am Anfang so, dass ich wirklich so ein bisschen gedacht habe, oh, wenn ich frage, dann ist immer, ja, dann nachher sagt er noch, dass ich irgendwie lost bin oder dass es eine Cringe-Frage ist und vielleicht frage ich lieber einfach nicht, dann muss ich mir das nicht anhören. Das Problem ist nur, wenn man nicht fragt, muss man ja trotzdem irgendwas machen und auch nix machen ist ja machen, also man kann ja als Unternehmer nicht agieren, das geht ja nicht, also egal was ihr tut, egal ob ihr jetzt eine Kampagne startet, nicht startet, ihr habt euch ja immer für irgendetwas entschieden, auch wenn ihr es nicht aktiv tut und wenn ihr die Möglichkeit schon habt, hier im Training seid ja und ihr wisst, Bauligs sind Marktführer, Bauligs haben mittlerweile über 7000 Kunden beraten in dem Bereich, Coaches, Berater, Agenturen, dann fragt und geht einfach davon aus, dass es dann auch mal klatscht und dass die halt einfach mal sagen, was ist das für eine loste Frage, aber dann wisst ihr wenigstens, wo ihr dran seid, dann wisst ihr wenigstens, okay, ist lost, aber es ist besser, als es zu machen und dann festzustellen, warum es lost ist, weil das werdet ihr dann am eigenen Leib erfahren, also nehmt euch wirklich die Gelegenheit, sucht da durchaus so ein bisschen den Pain quasi, das ist wie beim Training, wenn man weiß, okay, der Muskel, der brennt jetzt schon, dann drücke ich eben trotzdem nochmal, auch wenn ich weiß, das ist jetzt nicht das Angenehmste, aber nur daran wachse ich letzten Endes auch und das ist bei uns auch einer der ganz klaren Schlüssel gewesen, dass wir keine strategischen Entscheidungen mehr irgendwie überlegen, auch nur zu fällen ohne Baulig, sondern dann immer fragen und ich weiß auch, dass das Feedback eben ehrlich und transparent ist, aber ich weiß eben auch, was es bedeuten würde, wenn man es einfach auf eigene Faust macht, wenn man irgendwie denkt, ja, die Frage finde ich, die Frage ist irgendwie doof oder die Frage lohnt sich nicht oder sowas, fragt es letzten Endes einfach, ja, es gibt, natürlich gibt es dumme Fragen, aber das heißt nicht, dass man sie nicht trotzdem sicherheitshalber nochmal stellen kann, wenn man sich eben nicht sicher ist, ja, es ist vollkommen okay. Okay, so, jetzt habe ich sieben Punkte rausgehauen zu der Zusammenarbeit, so ein bisschen erklärt, wie das Ganze bei uns funktioniert, das sind wirklich die Sachen, die dafür gesorgt haben, dass es bei uns mittlerweile, wie gesagt, stabil über 5 Millionen Euro im Jahr sind und dass wir auch zum Marktführer geworden sind in dem Bereich, ja, es gibt dazu ja noch tonnenweise Material, Trainings und so weiter bei Bauligs, schaut euch die Sachen an, setzt sie entsprechend um, fragt auch, was für euch der nächste Hebel ist, ja, und geht da aktiv auf die Jungs zu, auf das Team und sorgt dafür, dass ihr damit wachsen könnt, weil dafür sind wir alle hier, bei uns hat das sehr gut funktioniert und ich denke mal, auch bei euch wird das entsprechend gut funktionieren, wenn ihr euch an die Punkte haltet, wenn ihr Gas gebt, wenn ihr die proaktiv ansprecht und wer dazu jetzt noch irgendwie sagt, Pressearbeit finde ich interessant, so, ich wäre auch gerne mal in der Bild-Zeitung und ich glaube, dass mir das was bringt, ja, wenn Kunden direkt sehen, ich bin ein prominenter Expert, ich habe fette Artikel irgendwo, dann könnt ihr euch bei uns gerne melden, dcfverlag.de, ist auch ein QR-Code da, könnt ihr euch einfach eintragen, dann sprechen wir einfach mal unverbindlich und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und viel Spaß noch. Applaus